Ja, herzlich willkommen zurück zu Gossack. Und da ich ja beim letzten Mal da hinten kläglich an der Barriere versagt bin, aber trotzdem mir sicher bin, dass hier noch irgendwelche Leute aus dem Sektenlager hier hinten im... Ah, 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 ah. Hier hinten im Sumpf rumchillen. Wo, wie ist es halt weiter drüben? Will ich hier auf jeden Fall noch irgendwie hingelangen, aber... Die müssten doch da sein. Aber da ist die Barriere schon. Oh. Ja, zumindest geht's schon... ...etwas schneller. Alter, ist doch nicht cool. Wie komme ich da rüber? Hier müsste auch so riesige Viecher geben. Das heißt, ich hab grad ein bisschen Schiss. Also nicht wundern, dass ich mich hier etwas langsam durchbewege, ja. Wie kommt man denn zu den Leuten? Ich werde jetzt einfach mal kurz da rüber warten. Alter. Okay, ich werde mich jetzt da drüben mal auf die Insel begeben. Da sind Fliegen, ja. Alles gut. Gut, da sind... Da ist so ein Drecksteil. Den schaffe ich niemals. Mit der Ausrüstung, etc. Das heißt... Weiß nicht, da links müssten doch eigentlich Menschen sein. Oder weiß ich da gar nichts mehr von. Ja, der sollte weit genug weg sein. Komm her zu mir. Ja. Ja. Ne? So. Level up. Das heißt... Wir haben jetzt... Hallo? Da, Stufe 5. Lernpunkt 27. Ich werde auf jeden Fall... Okay. Stärke 20. Ich denke mal, ich werde nochmal auf Einhänder gehen. Und nochmal auf Stärke. Und dann vielleicht mal... Ähm... Hallo? Was ist da hinten denn? Ah, da sind die! Ich dachte, die wären da links. Aber okay. Ich muss gleich mit denen quatschen. Äh... Und dann... Wenn ich das mit dem Narkov-Skill und der Stärke gemacht habe... Dann kommt... Ja, das ist hier nicht gut. Ne, ne. Dann kommt... Vielleicht mal... Scheiße! Nein! Oh, nein! Alter! Hier muss man sich echt ein bisschen konzentrieren. Danach kommt... Verdammt nochmal... Ähm... Äh... Irgendwas mit... Klauen. Ich will auf jeden Fall... Truhen öffnen. Einmal machen. Und... Schleichen brauche ich, glaube ich, auch. So, sehr schön mit dem gebratenen Fleisch. Verdammter Meistier! Ah! Doch! Ähm... Und dann vielleicht noch die... Paar Jagd-Talente. Und mal schauen, wie weit ich da noch komme im ersten Kapitel. Habe ich dich schon? Hallo? Oh. So! So! Soll das wohl möglich sein? Ich muss mir zumindest mal einen provisorischen Bogen eigentlich... Ah! Habe ich sowas? Komm schon! Nein, natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Shit. Komm doch mal! Nein! So! Dammt da Mist hier! So, jetzt schauen wir mal hier da drüben noch, ob da irgendwelche Pflanzen vielleicht wachsen. Oder auch nicht. Wir gehen einfach wieder weg. Nein, nein, nein! So, ich katsche mal lieber die da an. Aber davor speichere ich mal. Man weiß ja nie. Was haben wir denn da? Hallo? Immer die reagieren immer so langsam, aber was soll ich machen? Was macht ihr hier? Wir sammeln das Sumpfkraut, das unsere Brüder dann zu Rauchwaren verarbeiten. Es ist ziemlich gefährlich, im Sumpf zu sammeln. Aber das Zeug wächst nun mal nur hier. Ist auch gut so. Warum? Weil dann die beiden anderen Lager nicht rankommen. Wir sind die einzigen in der Kolonie, die Sumpfkraut ernten können. In den beiden anderen Lagern können wir es tauschen. Und wir bestimmen den Preis. Aha. Als würden die anderen Lager... Als würden die nicht... Denen nicht irgendwie auf den Kopf steigen, wenn die... Aufs Dach, meine ich. Ich will dich anreden. Wenn die... Oh ja, komm. Das ist viel zu teuer verkaufen. Sag mal, jetzt muss ich das hier echt... Das ist nur ein normaler Novize. Na toll. Ich dachte hier... Wäre jetzt irgendeine Quest von wegen... Sammle doch mal das ganze Kraut für uns. Oh mein Gott. Aber dann halt nicht. Dann farm ich hier einfach ein bisschen. Ich hoffe, das stört dich nicht, dass ich den alles wegnehme. Aha. Oh, da ist ja gar nichts. So, dann würde ich mal sagen... Da sind noch solche Scheißteile. Ach man, oh man. Oh! Heftig. Verdammt, da ist schon wieder so ein riesiges Ding, ey. Ich schaue mal, ob ich mich irgendwie an links an dem vorbeiarbeiten kann. Und trotzdem die Fliegen ein bisschen mitnehmen hier. Diese riesigen Sumpfer. Ich glaube, die schaffe ich erst. Ähm. Eventuell noch nicht im ersten Kapitel. Schauen wir mal. Komm schon. Ja? Alter. Ich dachte, er hat mich gerade einfach gesehen, ey. Oh, da ist noch einer. Oh ja. Da. Okay, okay. Ob es sich runter... Ja, ich versuche mal... ...noch weiter links mich zu halten. Oh Gott. Ist aber schon ein bisschen krass mit diesem Wasser hier, ja? Komm, jetzt geht doch mal voran hier. Da. Was haben wir denn da? Ah, es ist nur ein Stein. Ah, 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 ah. Nein, da ist ja noch einer. Jetzt wird es hier aber tricky, Mann. Erstmal nochmal speichern, wenn es der überrennt. Ja, die hat mich schon gesehen. Komm her. Da ist er. Oh, oh. Mach. Jetzt könnte ich schon wieder einen Bogen gebrauchen. Warum gammelt die da oben? Komm. Du triffst mich doch auch nicht. Jetzt komm. Mann. Ach doch. Wie soll ich denn die da von da oben runtergehen? Sag mir, wenn du dann so weit bist, dann... ...können wir uns ja nochmal unterhalten. So. Ah. Einfach weitergehen. Ich will die noch. Ja? 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 Ich versuche jetzt hier einfach mal alles mitzunehmen, trotz der Teile. Weil ich will die Heilpflanzen da auf jeden Fall haben. Da muss ich halt nochmal hier durchgehen, wenn ich ein bisschen heftiger bin. So. Da hätten wir eins von den Teilen. Ach, kacke. Ich muss da rüber, weil da ist auch einer von denen. Das heißt, am besten jetzt. Nee, nee. Alles gut. Ruhig bleiben. Da. Was ist da denn? Moment mal. Ey. Da ist noch so eine Bude. Okay, Moment mal. Ich muss erstmal kurz da nach rechts. Was ist das denn, ey? Man kann aber nichts machen da dran. Naja. Ich würde vielleicht später noch wichtig. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Nee. Nee, nee. Ja, alles gut. Nee, nee. Alles gut. Du willst gar nichts von mir haben. Alter, ich hab hier so Angst. Ja, man kommt nicht durch ein Blatt, was in der Luft hängt. Hundert, Mann. So. Da ist diese Hütte. Da sind auch schon wieder solche Teile überall. Verdammt mal. Rechts sind Blutfliegen. Ich will die Blutfliegen da noch aussortieren. Auf jeden Fall. So. Haben wir da noch irgendwas? Nee. Mann, die sind direkt an dem Vieh dran, ne? Ja, so ein bisschen davor. Ich probier's mal. Kann's ja mal versuchen. Oh! 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 Hey, ja. Der hat nämlich doch schon voll gesehen, oder nicht? Alter! Nee, das ist nicht gut, was hier passiert. Nee. Wieso ist denn der da an Land? Ich dachte, die können nicht. Jetzt hab ich hier voll die Framer-Brüche. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das sind zu viele. Fuck off. Wo hab ich das zuletzt gespeichert, ey? Welcher war der letzte? Fünf Stunden? Scheiße. Ah, ich bin hier. Was? Was war das denn? Das war eine von den beiden, oder? Könnte ich dir auch jetzt eigentlich noch mitnehmen. Ja? So. Okay, von da bin ich gekommen, ja? Da ist alles gut. Da sind noch diese Dinger. So. Da ist noch eine Blutflieger. Alles klar, aber an die komme ich noch nicht so richtig gut ran. Da werde ich jetzt gerade nicht... ...weiter meine Zeit verschwenden. Oh, da ist wieder der Typ an Land. Aha. Okay, erstmal kurz speichern. So, der muss sich jetzt da nach rechts verpissen. Und dann sind da die drei Blutfliegen. Da muss ich aufgeben. Aufpassen. Wieso geht der nicht? Jetzt chillt der da. Ich will aber da hin. Da hinten rum gehe ich mit Sicherheit nicht. Geh. Geh doch einfach. Geh. 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 Den Zaubern werde ich dir wahrscheinlich auch nicht beikommen können. Kannst du dich einfach mal da verziehen, ey? Ich glaube, ich renne jetzt zu der Hütte durch. Ich habe gerade gespeichert, was schon schief ging. Komm schon. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ha! Erstmal das Bier-Clown. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. So. Wen haben wir denn da? Schrat. Aha. Was machst du denn hier? Habe ich dir erlaubt, mich anzusprechen? War nur ein Witz. Diese verdammten Spinner gehen mir gehörig auf den Sack. Deswegen bin ich hier. Sprich mich nicht an. Bitte den Schläfer um Vergebung. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Kein Wunder, dass die hier alle Gaga sind. Ich bin Shred. Novize ersten Ranges. Und das werde ich auch bleiben. Ähm. Da hat mich doch einer gesehen, oder? Diese Geräusche sind ja wirklich widerwärtig. Aufhören. Ich will der Bruderschaft beitreten. Kannst du mir helfen? Du willst bei dem Laden hier mitmachen? Ich überlege gerade, wie ich hier wegkomme. Wir könnten ein bisschen durch die Kolonie ziehen. Einfaltspinsel ausplündern, ein bisschen Erd sammeln. Was denkst du? Was? Alter. Alter. Wenn ich jetzt, lass uns zusammen losziehen, komm mit drücke. Wenn ich kann, ich darf das Gespräch jetzt nicht beenden. Dann macht mich das viel platt und den Typen auch. Ich sag's jetzt einfach mal. Ich hab da vorher gespeichert, ja. Lass uns zusammen losziehen. Komm mit. Das ist doch mal ein Wort. Auf geht's. Hier trennen sich unsere Wege. Ich werde von hier aus alleine weiterziehen. What the hell? Hier trennen sich unsere Wege. Nein! Ich werde von hier aus allein weiterziehen. Na gut. Ich werde zurück in mein Versteck im Sumpf gehen. Nein, 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 nein. Lass uns zusammen losziehen. Komm mit. Das ist doch mal ein Wort. Auf geht's. Cool. Eigentlich cool. Besser als Matt. Nur, dass ich jetzt die zwei Typen in der Hütte hab und ich weiß. Ach, keine Chance, ja. Schau das an. Schau's dir an. Er ist tot. Ja, was? Äh. Also. Während der Gesprächssequenz kommen sie da rein. Was soll ich denn dazu noch machen, ey? Und scheiß jetzt hier. So. Ich werde demnächst mal, was soll ich denn da noch machen? Was soll ich denn dazu machen, ey? So. Bier klauen wir. Ich stelle mich jetzt hier drüben hin. Wenn die uns jetzt sehen, bist du schuld. Was machst du denn hier? Habe ich dir erlaubt, mich anzuhören. Ja, 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 ja. Ich will der Bruderschaft beitreten, bla bla. Lass uns zusammen losziehen, komm mit. Aber ich würde erstmal sagen, nein. Da der ja anscheinend einfach verrecken kann, ganz schnell. Das heißt, ich drücke jetzt mal Ende und renne weg. So. Okay. Da drüben werden wir ganz viele Blutfliegen, die ich jetzt auch versuche, direkt mal wieder zu machen. Okay, wir haben da diesen Typen, aber ich weiß nicht, er scheint mir ja nicht allzu stark zu sein, oder zumindest... Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich den ja noch irgendwie benutzen, aber jetzt gerade noch nicht. Oh, oh. Wird er jetzt gefressen? Okay. Ne, das ist scheiße, dass der gefressen wird. Ich werde ihn mitnehmen, und wenn ich weggegangen bin davon, sage ich, ähm... Geh wieder zurück. Lass uns zusammen. Weil ich glaube, dann wird er nicht getötet, ja? Renn. Renn, habe ich gesagt, ja? Do it now. Ich glaube, er wird getötet. Oder? Ja, ich glaube schon. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt hier ganz entspannt, ja. Ist der Typ jetzt mal bei mir? Sag mal. Kommt der überhaupt mal aus seiner Hütte da raus? Alter. Hier ist gefährlich. Kommst du mal? Irgendwie ist der Buggy, ne? Jetzt habe ich das falsche Game geladen, ey. Ich würde es einfach mal behaupten, ja? Ich werde nächste Runde versuchen, den Typen irgendwie aus der Hütte zu bekommen oder da drin zu lassen. Je nachdem. Und, keine Ahnung, versuch den mal irgendwie zu retten, weil ich eventuell brauche mir den ja noch. Aber ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Naja. Dann auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Runde. Ciao.